so hallo und herzlich willkommen ich habe eigentlich gesagt dass ich das spiel nicht weiter spielen werde aber ich werde jetzt doch durchziehen vieles neu dazu gekommen wenn wir machen wenn wir jetzt hier noch nicht so viel allerdings wir machen jetzt mal den nächsten tag mal weiter jetzt kommen die karl 1 an die rand war erfolgreich 30 mal käse nur 1.960 nur abwärmen haben wir fast voll wir sind ja Champions, so, die nehmen wir mal mit, äh, ja, das suchen wir natürlich noch, okay, warte mal, haben wir überhaupt hier erweitert, nein, okay, wir müssen noch erweitern, ha, wo ich gerade sagen, Wir haben einen Kamin drin, das ist der Kamin drin, alles klar, dann machen wir das nächste Mal, also, 205 Gäste haben wir, ist die Veranstaltung vorbei gewesen, ja, wir brauchen eigentlich die goldene Auge, wir müssen hier erstmal, und das, da müssen wir hochkriegen, das einzige, was ich mache, ist das schon mal, Ähm, nee, brauchen wir nicht hier. Mit Sima kommt er drüber hier. Nein. Ich weiß nicht, ob ich es genauso hinkriege, wie bei meinem anderen Spielstand. Mit meinem privaten. So, erst mal bitte, so. Dann müssen wir hier Lampen ranmachen, was komplett ausgeleuchtet ist. Und dafür brauchen wir auch wieder Geld, wie ihr euch denken könnt. So. Irgendwie. Irgendwie. Ach, hier haben wir noch einen scheiß Musiker. Nee, wir ohne Geld haben, der Lappen. Das muss ich nachher wegmachen. Oh, das sieht nicht an aus. Der Musiker muss weg. Wie spiedelt der noch? Guck mal, ist der nochmal eingestellt, oder? So, 30 Dollar, dann bist du glücklich, du Lappen. Okay, warte mal. So. So. Wir müssen dann... Wir müssen doch Platz weg. Okay. So. 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 Müssen wir sowieso. Du wirst schon. Das Große wieder hinstellen. So. So. Wir werden jetzt ein gutes Wachs und ein gutes Ding einstellen. Wir werden jetzt ein gutes Wachs und ein gutes Ding einstellen. So. So. Sehr gutes Wachs haben wir schon. Okay. Okay. Und bei den anderen? Das ist bei jedem klar. Das ist komplett für alle Lampen. Nicht doch. Das sind ja keine Lampen hier. So. Machen wir erstmal weiter, wie wir kriegen wir jetzt drin. Wow. Okay. 5000 haben wir noch. So. So. Gucken wir mal. Was ist denn hier? Ja. Schön. Ich brauche hier das Rezept, die alle Pfeifen. Das Ansehen habe ich schon. Also kann ich nur das hier machen. Morgen. Ein paar Gäste, weißt du? Ja. Ich kann ja schon mal hier das hier wegruppen. Ist ja jetzt immer Licht dran. So. 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 Haben wir schon mal hier Licht, äh, offen. Naja. Wir müssen alle verschieben. Das muss ja auch nach hinten geschoben werden. Alles drum und dran. Der Tisch da auch. Das da auch. So. Der Kamin dann auch. Ich weiß erst mal. Nee. Trinkt auch das hier. Ja. 3000. Oder noch mehr. Ja. Dann sind wir mal in Ruhe. 3750. Haben wir jetzt damit gekommen, die Dekoration nochmal freigeschalten haben. Hier haben wir doch. So. Halb und halb, weißt du? Wenn die heute fertig sind, mache ich die Wand hier weg und stelle die schon mal rüber. die Dusche. Nein. Ach die rüber. So wie es da ist und dann werden Teppiche hinlegt. Nein. Hör mal auf jetzt. Wir müssen doch mal in Ruhe. Toll. Lump. Da muss ich noch welche einstellen. Hier. Für Dino. Die sitzen ja den ganzen Tag hier dran. Wir haben hier ein Abenteuer ausgewählt. Toll. Nicht vielleicht das aber hier mal hin. Die kriegst du schon. Feierabend. So. Ihr seid fertig. Was ist das? Oh. Und wir haben nur das neue Rezept. Da könnte man die nächsten machen. Hier Veranstaltung bestimmt. Warte mal. So bestimmt für die Veranstaltung hier. Da ist doch. Das nächstes kann man das hier machen. Immer 400. Oh komm, gleich mal machen. Dann haben wir ja. So. So. Jetzt kommt die Abrissbirne. So. Das sind die Trziękuję Methoter. Kann man auch Dottie handeln? Kann man den Mund behalten? Äh. Wie das ist? So. Ja, da geht da wo andere Dings hoch. Das weißt du. Dann muss man sich noch Platz lassen. die die einfach rüber hier die tische und da nein hör doch mal auf jetzt du scheiß ding hier so und da irgendwo drin muss man hier große dinge sein irgendwann holen wenn man kohle haben es geht schnell wenn man spaß hat ein ding ist es jetzt frei man hat zwar decken lampen aber das kann man klicken hier wenn sie mal gerade bisschen komisch war so jetzt passt es sind die aber schief gewesen hier ich werde jetzt nicht gleich alles auffüllen hier mit tische und stühle hier aber wir müssen dann ich habe der großen leiter ja war schon eine lampe ok es ist natürlich dass hier nicht so wirklich hier unten werden wir die tische würde wie bei unserem privaten spielstand hinten hinstellen du willst hier an die seite ran und eine bank davor kann man machen so sitzplätze nein es hat auch mal die da man die fresse durch hinten dann kommt man halt die wand jetzt hier mit weg hier laufs meine fresse hat ja dumm kann ich kann hier aber daran hängen keine neue menge spitze hier dann kannst du da einstellen den top dahin kiste hallo dahin das dahin der kamin kommt jetzt hier eine ecke der tisch auch hier so hin du lappen kommst mal hier hin mit deiner kambolage und wacke hier nicht so rum so den wir mal daheim stellen so gucken wir was machen jetzt hier mit dem so und kommen wir noch hin ja und machen wir erstmal so weit wie wir kommen hier so so Das ist doch nicht gut, dass wir die Kompression haben. So, warte mal. Die kommt trotzdem durch, Johnny. Habe ich schon probiert. Ah, jetzt ist hier, oder? Kein Licht. So, jetzt haben wir Licht hier. Meine Fresse ist das Schlimme hier. Was? Das sind die Licht. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Nein. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon. So, wir machen erstmal Feiern. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Und tschüss. 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 Tschüss.